Bei Verrückter Riethof 11, Park 4 leider. Meine Filmassistentin hat leider viel zu früh ohne mich stoppgedrückt, deshalb mache ich noch den Abschluss. Aber es wurde auch ein bisschen gut, muss ich sagen. Ja, dadurch wird es spannender. Und die Befreiung kommt gleich. Wow! 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 Ich will nicht deutlich finden werden. Wow! Hey! Aber wir werden befreit. Das Ding ist leer. Wow! Wow! Es öffnet sich ein Ausgang. Ich komme. Autschie. Ich passe da kaum durch. Ist eben bestimmt für Aliens. Mann, das ist wie winzig. Wow! Bi, bi, psch! Äh, ohu! Ihh, hier überall liegen Körner, aber die schmecken lecker. Mäli, äli, 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 äli. So, ich nehme dich jetzt mit. Häng dir, wenn ich in dieses Schlamassel geraten. Mann! Du kriegst noch was zu hören. Mann, äh, ich passe es nicht. So schlimm war es nicht. Mama! Ich wollte von Aliens entführen. Ich auch übrigens. Mann, war das schweißig. Wir sollten uns einen neuen Platz aussuchen. Pilger, flieg und such uns den besten Platz. Waaa! Jetzt noch fisch. Woo, 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 woo. Woo, 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 woo. Woo, 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 woo. Woo, 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 woo. Woo, woo, woo. Woo, woo, woo. Woo, 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 woo. Die Pilger, alle. Wow! Da hinten sind voll viele Berge. Ich richte es Monogram. Und warte hier. So, ich habe die Hornmail bekommen. Zaubern wir uns jetzt. Ping. Ping. Es hat ein sehr gutes Ende gefunden. Das war Forrest-Cheritum 11, Part 4. Mein Kampf für den Seritum 13 raus, denn Teichmörg ist schon rausgekommen. Bis bald.